Heute schauen wir uns die Herleitung der pq-Formel an. Wir wissen, eine quadratische Gleichung kann man in pq-Form ausdrücken. Das wäre x² plus px plus q und die Lösungsformel, die wir alle kennen, unsere typische pq-Formel, die da heißt x gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie man überhaupt auf diese Formel kommt. Wenn wir uns also noch mal die allgemeine quadratische Gleichung in pq-Form angucken, dann wollen wir jetzt ja natürlich diese nach x auflösen. Wir bedienen uns dabei der quadratischen Ergänzung. Dazu habe ich auch noch ein Video gemacht, könnt ihr euch dann gerne ansehen. Bei der quadratischen Ergänzung ist es so, dass man letztendlich das Ganze in eine binomische Formel umschreiben möchte und ergänzt dann die Hälfte aus der Mitte zum Quadrat. Das mache ich mal. Die Mitte hier, da steht nur das p vor dem x. Das heißt, wenn ich jetzt die Hälfte aus der Mitte zum Quadrat ergänze, würde ich folgendes bekommen. x² plus px und jetzt schreibe ich das schon mal so, plus p halbe zum Quadrat. Und damit ich die Lösungsmenge der Gleichung nicht verändere, muss ich das Ganze natürlich auch wieder abziehen. Dann habe ich noch plus q gleich 0. Das heißt, ich habe letztendlich hier gar nichts an der Lösungsmenge verändert. Ich habe einfach nur p halbe zum Quadrat ergänzt. Warum habe ich das getan? Nun, man sieht jetzt hier, dass das hier natürlich der ersten binomischen Formel entspricht. Wenn ich das also zurückschreibe in x plus p halbe zum Quadrat nach der ersten binomischen Formel, dann bleibt hier eben noch stehen, minus p halbe zum Quadrat plus q gleich 0. So, ich will ja nach x auflösen. Was mache ich jetzt? Jetzt muss ich natürlich erstmal die Zahlen in dem Sinne, also das p halbe zum Quadrat und das q, muss ich rüberbringen. Das heißt also plus p halbe zum Quadrat und minus q. Und dann erhalte ich hier x plus p halbe zum Quadrat gleich p halbe zum Quadrat minus q. Und jetzt ziehe ich auf beiden Seiten die Wurzel und dann erhalte ich hier x plus p halbe gleich plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Immer daran denken, man bekommt ja, wenn man jetzt die Wurzel zieht, immer zwei Lösungen raus. Einmal plus und einmal mit minus Wurzel. Naja, und jetzt will ich nach dem x auflösen. Dann sehe ich also, muss ich nur noch minus p halbe rechnen. Und was bekomme ich dann? Dann kriege ich tatsächlich x gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Und genau das ist ja jetzt meine p q Formel. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und wir sehen uns im nächsten Video.